Guten Tag, ich habe mal wieder ein neues Spielzeug und ja, ja, ich weiß wie das aussieht, weiß ich schon, ähm, nur, äh, ist es nicht, ist es nicht, ist was anderes, äh, wer mich kennt, weiß, ich bin gegenüber, äh, Strahlen und Strahlungen, äh, die dieses oder jenes, äh, wirken, äh, bin ich schon, äh, recht misstrauisch, gegen irgendwelche, äh, Quanten, äh, Fluchtationen und weiß denn, ja, nur hier handelt es sich, äh, um etwas anderes, äh, das ist, ähm, UV-C-Licht, ich mache mal, äh, die eine Lampe aus, dann sieht man es vielleicht ein wenig, ja, sonst schalten wir es mal ein, Moment, Knopf ist hier, so, UV-C-Licht, und, ähm, das ist auch nicht, äh, aus dem, äh, freundlichen Esoterik-Laden, äh, von dem an, äh, sondern, äh, das wird zum Beispiel auch benutzt, diese Strahlung, in Großstädten, äh, um, äh, den Handlauf von, ähm, von Rolltreppen, äh, dauerhaft, äh, zu, ähm, äh, dauerhaft zu bestrahlen und damit, äh, Bakterien und einige, ähm, Viren auch, ne, darunter auch die besagten, äh, 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 um die damit, äh, zu vernichten und abzuhalten, ich halte das also durchaus, äh, für einen möglichen Ansatz, selbstverständlich nicht für eine alleinig wirksame Maßnahme, einen Stand braucht man eigentlich nicht, also man soll die Sachen dann langsam über, äh, über den Gegenstand oder die Hand führen, äh, man kann, äh, äh, damit auch dieses Wasser sterilisieren, das habe ich noch nicht probiert, äh, hat auch eine Schutzkappe, die ist, äh, nicht mehr original, die habe ich schon etwas verschönert, ne, um auf den, um auf den Ernst der Lage hinzumeisen, dann ist das, der Leuchtkörper also ein bisschen geschützt, habe ich einen kleinen, ein Aufkleber schon mal drauf, ne, sehr ein wenig auf, äh, die Gefahren von manchen, äh, hinweist, ich will jetzt hier nicht ausdrücklich mich Reklame damit dafür machen, äh, ich habe auch ein Gerät fürs Handy, in das passen auch meine Stoffmasken rein, äh, sieht so ein bisschen so aus wie ein miniaturisierter, ähm, ähm, Scanner, nur mit Vertiefung, der arbeitet auch mit diesem Licht, äh, wie gesagt, das ist eigentlich für Handys, äh, aber es passt auch eine Stoffmaske rein, wobei ich die dann natürlich zweimal hintereinander, ähm, brate, und dies ist halt, wie gesagt, etwas, wo man langsam über die Gegenstände fahren kann, äh, ich will damit nur sagen, es gibt Händemaschen, es gibt, ähm, es gibt Masken, es gibt Handschuhe, äh, es gibt, ähm, eben solche Lichtsachen, es gibt Sprays, äh, es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun, keine davon, keine davon ist alleine wirksam, Abstand bleibt wichtig, aber man kann kreativ sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.